Die großen Scheine sind alles Granit in verschiedenen Farben, typisch für Südschweden, wo sie herstammen sollen. Die sind bis zu 20 Tonnen schwer. Transportiert hat man sie wahrscheinlich auf Rollen, auf Rundhölzern. Die Zwischenräume, die sind verzwickelt mit trockener Mauerwerk, so nennt man das. Das ist ein Eis und Quazit, sehr hartes Gestein. Das kommt häufig in diesem Form vor. Da durften wir auskrabbeln, aber das mache ich nicht. Nee, das machen wir nicht. Das sind die Kleine. Ja, ich mache eine Folge. Ein herrliches Wetter heute.